Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Hause heute Freitag, 25. November? Ich habe meine alte Stihl-Motorsäge eingetauscht und habe mir eine neue gekauft. Und zwar das Modell 2012. Ich habe meine alten Stihl-Motorsäge eingetauscht gegen die Stihl-MS441 mit 70,7 cm³ und 4,1 kW bei 9.500 Umdreihungen. Die zulässige Höchstdrehzahl ist 15.500 Umdreihungen. So, habe ich jetzt wieder eine Säge, die die nächsten paar Jahre störungsfrei laufen sollte und ich ohne Komplikationen Holz fällen kann.